Lillenor Dreichelt am Apparat? Ja, hallo, bin ich da beim Verkauf. Wollt nachbestellen. Ähm, also bei uns kann man eigentlich nicht bestellen, aber... Na, ich wollt nachbestellen von diesen wunderschönen Schokoladen, wo einem so gut wird von. Was für Schokoladenbonbons meinen Sie denn? Wir machen hier grad ne Kinderparty. Aha. Und wir haben von euch die Schokolade gegessen. Ähm, was ist denn das für Schokolade? Mon Cheri. Äh, wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin fünf und die anderen Kinder sind auch fünf, beziehungsweise Jules vier. Und wir haben jetzt zwei Packungen davon geöst. Jetzt wollen wir mehr davon. Ähm, 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 Mon Cheri. Ja, mit der... Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Diese Bonbons, die sind gar nicht gut. Da ist nämlich Alkohol drin. Das ist nur für Erwachsene. Das dürfen Papa und Mama trinken, aber du doch nicht. Ja, aber das schmeckt auch so gut. Aber weißt du, was da gut dran ist? Nee. Die Mädchen wollen jetzt alle küssen. Äh, okay. Die Packung, die darfst du jetzt nicht mehr anfassen. Die packst du jetzt am besten in den Mülleimer und schmeißt die weg. Ja? Kann das sein, dass je mehr mal davon isst, desto schönere Jule? Ähm, ja, nee, das glaub ich dir. Aber, äh, iss die mal bitte nicht weiter. Denn das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Da kann was Schlimmes passieren. Jetzt schlafen alle. Ja, das ist gut. Lass die mal alles schlafen. Und dann leg dich jetzt aufschlafen, ja? Leg dich hin und dann warte, bis deine Eltern kommen, ja? Hier soll ich mich jetzt hinlegen. Wo bist du denn gerade? Na, ich bin doch hier am Radio. Hier ist doch der kleine Telefonschreck, hallo. Scheiße. Hahaha.